hallo und willkommen zu einer neuen folge fort mit mir den hero crafter a.k.a max a.k.a fuchs klan fuchs skin a.k.a spider queen a.k.a freundin freundin leute heute leute werden wir ford night spielen und werde einen epischen sie ko nachdem wir letzte runde so abgekackt sind und zweiter platz geworden sind dass der neue fuchs clean skin der ist heute im item shop by the way reingekommen ganz oben seht ihr den glaube ich wartet leute wir gucken sogar noch schnell ganze paki kost 1 5 mit dieser skin kann könnte die schwänze hinten deaktivieren aktivieren reaktivieren bla 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 rucksack ist ein fisch richtig nice diese krallen sind spitzhacken und diese lackierung ist wild leute richtig nice skin holt euch den auf jeden fall und dann hoffe ich euch geht's gut mir ist auf jeden fall gut und freunde freundin geht's und dann sehen wir uns noch runter wenn wir aus dem bus springen leute bis gleich und da sind wir wieder leute ich bin außerdem schon aus dem bus gesprungen das sind die kondensstreifen ich glaube das habe ich letzte folge schon gezeigt ist egal leute richtig nice kondensstreifen und dieser skin ist wirklich wild der gehört glaube ich zum fuchs clan mit dazu oder beziehungsweise ist eine schützerin des fuchs clans holt euch den skin auf jeden fall wenn ihr 1500 v-bugs habt und wenn nicht nehmt ihr einfach die battle pass v-bugs weil das sind auch insgesamt 1500 und holt euch diesen skin es ist lohnt sich mega es ist ein richtig nicer skin by the way kleines thema zum am rande freundin freundin hat gestern den epischen siegut jetzt hat sie auch diesen bananen hänge leider ja ich habe es gestern endlich geschafft zwar leider aber ich habe es geschafft ihr habt es geschafft leute ich muss doch hier landen ich komme nicht weiter achso es tut mir leid ich bin immer noch ein bisschen erkältet leute ja freunde freunde ist immer noch ein bisschen erkältet aber nicht mal so schlimm wie es gestern war ich konnte hier oh mein gott hier ist ein oh mein gott leute ein habe ich ich bin ich bei mich ich habe beide und stolz auf dich oh mein gott alter leute schreibt in die kommentare einfach pro profi alter jetzt von der schwamm alter war das fucking heftig oh mein gott also ich meine andere haben es safe viel krasser aber das war für mich übel heftig alter oh mein gott also okay das nur einer noch mal und weg mit dir okay nimm du das gebiet mal ein ich will mal gucken ob er noch da liegt nicht dass vielleicht teampartner oder so den rettet hey alles ist gut ich bin nicht mit nach hause komm mit ich nehme ihn mal mit hallo der hatte schon angst vor dir ich glaube ich glaube auch ok mach ich schnell leute wie gesagt das ging es halt nice ihr seht schon das sind die fünf schwänze die man bekommt eigentlich das reaktiv ich will die roten bitte 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 blüh und eigentlich ist er reaktiv Aber ich habe das ausgeschaltet bei mir. Boah, dann müssen wir doch... Okay, schau mal. Warte, ich habe noch einen Trank für dich, wenn du willst. Ja. Und in sein Gesicht. Oder nicht. Ich bin direkt schon so halb gelandet auf alle anderen so scharfte Hände. So klein, so laufig. Und sie hat es ja geschafft. Auf jeden Fall, Leute. Das Ding ist halt einfach... Das Ding ist reaktiv eigentlich. Wenn man fünf Kids macht, kriegt man fünf Schwänze. Das ist eigentlich ganz cool, aber ich finde es ausgeschmückt gleich am besten, weil das würde mich sonst irritieren, wenn eins, zwei, drei und dann immer so... Deswegen habe ich es gleich so. Aber ihr könnt es auch ohne machen. Ohne sieht eigentlich auch ganz relativ schön aus. Ich finde aber mit, das passt einfach besser zum Skin. Ist zwar übelst auffällig, aber ist egal. Oder, Freundin und Freundin? Ist egal. Wie egal ist es? Ja. Scheißegal ist schweißegal. Was? Was? Scheißegal ist schweißegal. Wer kann das denn? Ich weiß nicht. Ich könnte so... Wie heißt das? Wenn man so Werbung macht, so, 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 so... Werbung? Ja. Scheißegal ist schweißegal. Gibt es nicht irgend so ein Beo, was so heißt? Ach, scheißegal? Ich mach... Weißegal. Ach, keine Ahnung. Irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich habe es jedenfalls noch nicht gehört. Es könnte... Hallo. Schnell, alles weggenommen. Schnell. Rennen. Bevor Freundin und Freundin dich riecht. Ich rieche sowieso. Ein Fuchs stinkt nach Schweiß. Was? Weiß ich selber nicht, was ich habe. Wer hat denn das gesagt? Sie war auch nicht in der Schule, Leute. Nimm es dir nicht übel. Sie war wirklich nie in der Schule. Oha. Sie hat nämlich damals immer gedacht, Füchse sind Hunde. Ja, die Bällen. Hm? Die Bällen. Die Bällen, wuff, wuff. Warte, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemals einen Fuchs in echt gesehen habt. Würde mich interessieren. Ich glaube, Freundin und Freundin hat noch nie einen Fuchs in echt gesehen. Natürlich. Nein, hat es halt ich. Freundin und Freundin heißt nämlich mit zweiten Namen auch nicht Fuchskennerin. Sie kennt auch nicht mal Fuchsfan, kennt sie. Nein, gar nicht. Leute. Erstmal einen schönen großen Fuchsfan, hallo. Und lange nicht mehr dabei gewesen. Ist aber egal, Leute. Wir sind jetzt in einem neuen Season. Let's dem. Let's dem. Daneben. Einfach ein Gewichy, Alter. Komm mal her. Komm mal her. Warte. Also, die Tod wärst du jetzt instant. Okay. Ausgetriggled. Bam. Schnell. Da kommt ein bisschen der E-Row-Wall von allen E-Motes. Warte mal. By the way, Leute. Hier ist ein richtig großer Tresorraum. Wollen wir mal zeigen? Von Optimus Prime. Eine Tür, die verschlossen ist. Da oben sind irgendwelche Kryptogramme. Da oben. Hier überall dran. Die kommen da aber nicht rein. Außer Freundin und Freundin hat magische Kräfte. Und macht jetzt wusch, wusch, wusch und es geht auf. Wusch, wusch, wusch. Aufgegangen. Hallo? Oh mein Gott, ein Dino. Ich will auch einen. Hier sind zwei Eier. Meiner ist besser. Okay. Meiner ist nämlich jünger. Ey, meine Waffe ist pink. Ich habe in der Nackierung mehr geschlagen. Echt? Ja. Und springen. Spring. Okay, hat Schaden genommen. Und deine? Komm mit. Guck mal, was ich kann, was du nicht kannst. Ah ja. Kannst du das? Sogar mit sprinten? Let's go. Sprinten. Komm, so bin ich nicht gelaufen. Guck mal hier. Ein bisschen habe ich geschafft, okay? Alter, ich bin einfach viel besser. Ich kann sogar rückwärts wiederkommen. Da kommen welche, by the way. Nochmal so zu impfen. Tenten sind Gegner, glaube ich, habe ich gesehen. Ich werde mich drum kümmern, Freundin und Freundin. Ich sehe. Ich möchte nämlich, dass Freundin und Freundin auf ihren Dino aufpassen. Weil sie muss lernen, Verantwortung zu haben. Mein Dino. Oh mein Gott, ist der gut. Oh. Alter, okay. Ich nehme alles zurück. Freundin und Freundin. Ey, dein Dino hat mein Fleisch gegessen. Mein Fleisch. Du musst gesund leben lassen, weil ich es kann sein. Ey, der hat einfach mein Ding gefressen von meinem Dino. Wie nennen wir das, wenn Tiere ihre eigentlich Spezies essen? Kann die Wahlen? Ja, hier ist ein Feuer. Hier bin ich fällig. Ich bin nicht mal da und du machst schon an. Ja. Das hält nicht so lange. Das hält. Ich bin nicht. Guck. Och Mann. Was denn? Da ist einfach mein Dino. Das muss so. Ich mag den nicht mehr. Richtig hässliches Ding ist das. Hier ist, äh, Schubstatt. Ich komme mit Dino. Äh, Freundin und Freundin. Danke, ich bin jetzt ein Dino. So siehst du auch aus. Was bin du mal rein? Ich habe schon einen. Okay. Ich bin gleich wieder früh. Super. Nehme ich mit. Wir werden wir sterben. Wahrscheinlich. Und wann? Ich trinke jetzt gleich. Darum sind nämlich Gegner. Das ist hier, by the way, der Zero Point. Warte, ne, hört es einmal leise. Hört ihr, dass der, ähm, Geräusche macht? Warte. Krass. Das ist wirklich krass. Tschüss, Freundin und Freundin. Oh, Freundin und Freundin. Hetzst du mal zwei Lüschel. Lüschel. Hetzst du mal zwei Lüschel. Wieso, keine Lüschel. Warte, das wäre gut jetzt für dich gewesen. Freundin und Freundin. Ist okay, ich habe meine... Da ist die Hund. Ich mach. Ich habe deinen Freundin, Freundin. Ne, ich bin nicht mehr mit ihr. Lass davon, Leute. Oh Gott, hier sind welche. Oh Gott. Ich habe gleich Schaden genommen. Hilfe. Renn. Hilfe. Ich habe... Der ist gleich tot. Ja, töt ihn. Oh mein Gott, Freundin und Freundin. Jetzt muss ich noch den einen töten hier. Das ist easy. Easy, Freundin und Freundin. Oh, Freundin und Freundin ist so der König. Sie macht so Miau, während die anderen Rerum machen. Was? Doch, ich hab mich doch nicht mehr geteilt. Ich möchte dir gerne ein Geschenk holen, als meine Dankbarkeit. Aber wenn du es vorher... Ich habe meine Lieblingschrot für eine Gütze. Nein. Nein, ich möchte nicht mehr, dass du diese Dingelschrot für eine Gütze... Dann lass mich, dann lass mich wenigstens erst mal heilen. Ja, heilen. Brauchst du auch einen großen? Ich habe drei. Ah, das ist super. Dann nicht. Tschü. Leute, ich bin eingeschlafen. Hier, trink. Und hier ist auch noch einer. Trink. Da sind noch viele noch. Oh nein, warum ist denn immer die Insel hier? Bei uns? Irgendwie immer bei uns. Obwohl, 548, okay, das ist doch nicht bei uns. Zu spät gesehen. Ja. Die Sohn kommt bald. Der bald. Warum schieße ich? Willst du mich mal zur Rinken? Die Sohn kommt bald, Junge, die kommt nächstes Jahr. Alter. Okay, und let's go. Ja. Oh, hier sind die Bienen. Hier sind die. Hab schon. Super. Hier sind wir, glaube ich... War mir nicht nur spontan? Geh ich da. Ja, ich mach, ich mach. Warte. Ich werde noch woanders beschossen. Ich glaube, ich bin der hier. Nee, Mann. Ich dachte, du willst dich um den anderen hier warten. Nee, komm, echt. Ich bin tot. Ich werde von ganz weit hinten gesnipet, Alter. Ach toll, ey. Weißt du, ich mach den ganzen Typen die ganze Zeit runter und vorhin muss natürlich wieder am Ende kommen und abstauben. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ja, merke ich. Es tut dir immer leid. Es gibt dir ein wenig Spray, ich hab ein komplett volles... Nein. Ich hab zwei, ich hab zwei Stück. Hier. Nimm, bitte. Ja, ich muss erstmal hier. Und wir sind öfter Platz geworden, Leute. Und deswegen nochmal ein kleiner Dings, dass ihr nicht denkt, die Folge hat sich jetzt einfach blub aufgehört. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert. Wenn ihr es euch genannt habt, die Glocke ist, ihr könnt euch das Video verpassen. Schaut die Videos schon, da ist es verlinkt. In dem Sinne, haut rein. Bis dann und ciao. Leute.